Die Magie von J.K. Rowling, eine Reise durch das Leben und die Worte der berühmten Autorin Willkommen zu einer faszinierenden Reise durch das Leben und die Werke von J.K. Rowling, einer der bekanntesten und einflussreichsten Autorinnen unserer Zeit. Von den bescheidenen Anfängen bis hin zu weltweitem Ruhm hat Rowling die Herzen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erobert. Lassen Sie uns eintauchen in die Magie, die Ihr Leben und Ihre Arbeit umgibt. Die Geburt einer Legende Joanne Rowling wurde am 31. Juli 1965 in Jate, Gloucestershire, England, geboren. Schon in jungen Jahren zeigte sie eine lebhafte Fantasie und eine Liebe zum Geschichten erzählen. Ihre Kindheit war nicht immer einfach, aber sie fand Trost und Zuflucht in den Seiten von Büchern, die ihre Vorstellungskraft beflügelten. Bücher waren meine Pforte zur Freiheit. Sie lehrten mich, dass es immer Hoffnung gibt, selbst in den dunkelsten Zeiten. Der Beginn einer epischen Reise Nach dem Abschluss der Universität und einer Zeit voller Herausforderungen wagte Rowling den Schritt, der ihr Leben für immer verändern sollte, sie begann, an einer Geschichte über einen jungen Zauberer namens Harry Potter zu arbeiten. Trotz Ablehnung und Rückschlägen gab sie nicht auf und fand schließlich einen Verlag, der bereit war, ihr Debüt zu veröffentlichen. Es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass etwas, das so persönlich und intim ist, für so viele Menschen von Bedeutung sein könnte. Der Zauber von Hogwarts Mit der Veröffentlichung von Harry Potter und der Stein der Weisen Im Jahr 1997 begann eine beispiellose Reise durch die Welt der Zauberei. Die Geschichten von Harry, Ron und Hermine fesselten Leser jeden Alters und eroberten die Bestsellerlisten im Sturm. Rowling schuf eine Welt, die lebendig wurde, und inspirierte Millionen, an die Kraft der Magie zu glauben. Die Magie steckt nicht in den Zaubersprüchen, sondern in uns selbst. Ein Vermächtnis, das weiterlebt Auch nach dem Abschluss der Harry-Potter-Saga setzte Rowling ihre schriftstellerische Reise fort, wobei sie sich neuen Genres und Themen widmete. Ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit und ihre Offenheit über ihre eigenen Kämpfe haben sie zu einer inspirierenden Figur gemacht, die weit über die Welt der Literatur hinaus wirkt. Wir alle haben Dunkelheit und Licht in uns. Was zählt, ist die Seite, die wir wählen, um zu zeigen. Die Geschichte von J.K. Rowling ist eine, die die Grenzen der Fantasie überschreitet und die Kraft des menschlichen Geistes feiert. Ihre Worte werden weiterhin Generationen von Lesern verzaubern und inspirieren. Möge ihre Magie für immer in unseren Herzen leben. Möge ihre Magie für immer in unseren Herzen leben.